Der typische Tag eines Betonmischwagenfahrers ist, man kommt morgens zur Arbeit, macht den LKW klar, man meldet sich auf das Tageshandy an, fährt zur Dispo vor und wartet auf den nächsten Auftrag. Denn wenn man den Auftrag hat, fährt man unter den Mischturm, ladet, in dem Zeitpunkt, wo der Mischer beladen wird, geht man in die Dispo, holt den Lieferschein raus, dann sieht man, wo man hin muss. Als Fahrer bei der Firma Heidelberg Zementlogistik hat jeder Fahrer sein eigenes Fahrzeug und er kann das Fahrzeug nach seinen Wünschen so einrichten, wie er es gerne haben möchte. Das Besondere an dem Job als Mischwagenfahrer, es ist sehr abwechslungsreich. Es ist nicht immer das Gleiche. Man hat jeden Tag andere Baustellen, andere Kunden und man kommt viel rum. Auf die tagtäglichen Bedingungen in den Ladewerken und in den Baustellen werden Sie bestmöglich vorbereitet. Ihre Herausforderungen, eventuelle Schwierigkeiten müssen Sie nicht alleine lösen, sondern es hilft Ihnen das Fuhrparkmanagement sowie auch die Disposition. Die graue Masse ist anziehend. Einmal Beton, immer Beton. Es kann jeder Quereinsteiger, der Lust darauf hat, kann Betonbeschwagenfahrer werden. Was wert draufgelegt wird? Körperliche Fitness. Alter spielt bei uns keine Rolle. Wir sind eine kleine Familie. Einer hilft den anderen und dann werden wir mal Pause haben. Dann leben wir zusammen und dann diskutieren wir, reden, lachen. Das Highlight war, als ich zur Baustelle kam und ich guckte, da es eine Pumpbaustelle war, guckte ich, wo der Pumpenfahrer denn sein Mast hatte. Der Mast war unter Wasser. Das war eine Pumpbaustelle mit Taucher. Das Gute an der Firma ist, die übernehmen sämtliche Kosten der Berufskraftfahrerschulung. Unsere Fahrzeuge sind alle auf dem neuesten Stand. Sofern irgendwie was ist mit den Fahrzeugen, es wird auf den schnellsten Wegen alles zur Zufriedenheit präpariert. Die Bewerber brauchen keine Angst haben, wenn sie kommen. Die fahren bei einem alten Hasen immer mit. Die werden so lange angelernt und wenn es vier, fünf, sechs oder sieben Tage dauert, die werden nicht ins kalte Wasser geschmissen. Es ist immer jemand dabei, der sie von der Pike auf anlernen. Wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen, dann bewerben Sie sich jetzt. Wir freuen uns schon heute darauf. Wir freuen uns schon heute darauf.